Habe ein stabiles Familienumfeld. Diesen Erfolgstipp habe ich von Unternehmer und Politiker Friedrich Merz bekommen. Darum geht es in meinem heutigen Beitrag. Denn der Antwort auf die Frage ist Happy Wife, Happy Life, eine glückliche Frau, auch ein glückliches Leben für den Mann, richtig? Oder eher Rockefellers Antwort, Busy Wife, Happy Life. Wenn deine Frau busy ist, wenn sie beschäftigt ist, dann ist auch dein Leben gut und glücklich. Ich gehe ein bisschen in die Tiefe und sage, was bedeutet denn wirklich, wirklich, wirklich Erfolg für dich? Und vielleicht sind das nicht die Dinge, wie auf Platz 1 des Treppchens kommen, sondern ganz andere Dinge, warum das für dich wichtig ist, das zu wissen und zu erkennen. Denn daraus kommt im Endeffekt dein ganzer Antrieb von diesem eigenen Denken zum Thema Erfolg. All das und noch viel mehr findest du jetzt auf www.normen-kraeter.com im Blog. Wenn du dich reinklickst, wirst du herausfinden, was es bedeutet, zu wissen, was für dich Erfolg bedeutet und was du dadurch an Antriebskraft gewinnst.